Es gibt brandneues Gameplay zu Wild Hearts. Die Karakuri-Technologie, die wir im Monsterkampf, aber auch zur Fortbewegung einsetzen können, wurde genauer erklärt. Außerdem wurde ein neues Monster gezeigt, eine neue Waffe und vieles mehr. Bleibt gespannt. Servus Monsterjäger, heute bin ich für euch mit dem nächsten Wild Hearts Video zurück und das hat es wirklich in sich, denn es ist ein brandneuer Trailer erschienen, aber auch ein neuer Blogpost, der die alte Technologie genauer beschreibt und das ist wirklich krass, was die alles drauf hat. Das lässt einen staunen. Bevor wir alles im Detail anschauen, gibt es hier einmal kurz die Erinnerung zum Gewinnspiel von meinem Partner Instant Gaming. Ich denke, die meisten kennen schon. Weil ich dort Partner bin, könnt ihr immer am Gewinnspiel kostenlos teilnehmen. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung und könnt euch einen Wunschartikel nach Wahl aussuchen. Gerne einfach mal durchschauen oder was anderes eingeben. Oben sind zum Beispiel die neuen Pokémon-Teile mit dabei, die man schon gewinnen kann. Oder zum Beispiel auch MW2. Finde ich auch ganz nice. Könnt ihr theoretisch auch nehmen. Einfach was eintippen und teilnehmen. Mit etwas Glück gewinnt ihr dann das November-Gewinnspiel. Ansonsten, was auch krass ist, diese Woche läuft bei Instant Gaming noch das Black Friday-Giveaway. Und da könnt ihr richtig geile Preise gewinnen. Seht ihr hier oben rechts. Könnt ihr gerne teilnehmen. Auch so gerne vorbeischauen. Bei meinem Partner Instant Gaming gibt es alles rund um Mitgliedschaften, Guthabenkarten und natürlich auch Spiele-Keys. Alle Links unten in der Videobeschreibung. Wer darüber auch einkauft, kann mich unterstützen. Ich danke euch für euren babamäßigen Support. Und nun schauen wir uns mal die Neuigkeiten von Wild Hearts an. Hier seht ihr jetzt den brandneuen Trailer ablaufen. Und top erzähle ich euch neue Details über die Karakuri-Technologie. Sie ist uralt und wurde von früheren Jägern verwendet. Das Wissen ist jedoch im Laufe der Zeit verloren gegangen. Wir werden aber diese Technologie benutzen und uns damit den Kemono entgegenstellen. So heißen diese riesigen Bestien, die von der Macht der Natur erfüllt sind und in dem Land Azuma umherstreifen. Was man unbedingt wissen muss, damit man alles versteht, die Karakuri werden in drei Hauptkategorien unterteilt. Das wusste man vorab noch nicht. Die Basis-Karakuri lassen sich einfach und schnell konstruieren und eignen sich super gut für den Kampf. Außerdem erfordert ihre Herstellung nur wenig Ressourcen. Die Karakuri-Kiste, Sprungfeder und Fackel, die man im Trailer sehen kann, zählen zu dieser Kategorie. Dann gibt es die Fusion-Karakuri. Um die zu erschaffen, müssen wir mehrere Basis-Karakuri bauen, miteinander verschmelzen. Daher kommt natürlich auch der Name Fusion-Karakuri. Sie dienen dazu, Kemono-Angriffe abzuwehren, können aber auch in einer Vielzahl von anderen Situationen eingesetzt werden. Um Fusion-Karakuri zu erlernen, müssen wir uns neun Kemono im Kampf entgegenstellen. Der Stampfer, die Sternenbombe und die Repetierarmbrust sind nur einige der Fusions-Karakuri, die wir für die Jagd erschaffen können. Zu der Letzt beeinflussen die Drachen-Karakuri die Jagdreviere eines Jägers und somit auch ganz Azuma. Drachen-Karakuri benötigen nämlich für ihren Einsatz viel Energie, die sie aus dem umliegenden Land beziehen. Die Quelle dieser Energie wird Himmelsfäden genannt, die in einem Gebiet verfügbaren Himmelsfäden können zunehmen, wenn wir als Jäger die Drachenschlunde in diesem Gebiet eben entdecken und dadurch wird das Ganze verstärkt. Die Flugleine, das Walzrad und auch der Jagdturm werden unter anderem Drachen-Karakuri genannt. Im neuesten Trailer haben wir auch, glaube ich, den ersten Einblick auf die Basis bekommen. Die seht ihr hier vermutlich eingeblendet und dort können wir mit Sicherheit uns für den Kampf vorbereiten. Auch an der Stelle wird, glaube ich, ein kleines Helferwesen gezeigt. On top wurde im Trailer ein neues Kemono gezeigt, ein neues Monster, ein Stacheltier mit Kristallen auf dem Rücken. Finde ich von der Optik erstmal nicht so spektakulär. Der Fight sieht aber sehr vielversprechend und actionreich aus. Auch hier wieder hat das Monster oder das Kemono verschiedene Phasen. Einmal eben ohne die Kristalle auf dem Rücken, mit Kristalle und es gibt scheinbar auch eine Art Wutmodus, wo es dann noch rot leuchtet und es macht heftige Flächenangriffe, scheinbar mit Schockschaden. Gerade eben habt ihr auch eine neue Waffe gesehen, irgendeine Bowgun. Das Ganze ist schon ziemlich Monster Hunter ähnlich, aber die Technologie ist natürlich ganz anders. Ich bin super gespannt drauf, was am 8. Dezember auf den Game Awards gezeigt wird. Da wird nochmal ein neuer Trailer rauskommen. Bis jetzt sieht das Spiel auf jeden Fall vielversprechend aus. Bin mal gespannt, ob es eine Demo gibt oder eine Beta, wird mich da auf jeden Fall mega drüber freuen, um einfach mal das Gefühl zu kriegen, wie sich dieses Spiel anfühlt. Was krass ist, insgesamt sind schon 17 Karakuri bekannt. Das ist schon eine ganze Menge. Hier seht ihr nochmal die Sprungfeder. Schießt Jäger in eine gewünschte Richtung. Dieses Karakuri kann schnell erschaffen und verwendet werden, um auszuweichen, einen verstärkten Sprungangriff auszuführen oder ein Kemono schneller zu flankieren, als es zu Fuß möglich wäre. Das Kisten-Karakuri ist ein Grundbaustein, ermöglicht es bei der Jagd eine erhöhte Position zu erreichen, um eben Angriffen auszuweichen oder in der richtigen Position mächtige Angriffe aus der Luft zu entfesseln. Das Fackel-Karakuri können wir im Fight aber auch außerhalb benutzen. Es dient einerseits, um eben Licht in der Dunkelheit zu spenden und man kann damit auch seine Waffe entzünden, um zusätzlich Schaden zu verursachen. Der Kleiter ist ebenfalls ein Basis-Karakuri und kann in Verbindung mit Luftwirbeln oder mehreren Kisten-Karakuri verwendet werden und ermöglicht es eben den Jäger, über längere Zeit in der Luft zu bleiben, um Azuma leichter zu durchqueren oder eben direkt sich über einem Kemono zu positionieren. Das Himmelsanker-Karakuri können wir verwenden, um uns an ihm hin und her zu schwingen, um den Abstand zu einem Kemono rapide zu verringern. Himmelsanker können aber auch bei einigen Situationen außerhalb des Fightes eingesetzt werden. Die Fusions-Karakuri funktionieren ein bisschen anders. Die sind natürlich für den Kampf gegen die Kemono und zum Beispiel gibt es das Bollwerk, hat man schon öfters gesehen. Und zwar ist es eine fette Mauer, die aufgeladene Angriffe eben kontern kann. Das Monster wird dann weggefetzt oder allgemein auch Angriffe blockiert. Das Stampfer-Karakuri finde ich richtig geil und zwar ist es dieser Hammer. Der macht einen extrem langsamen Angriff, aber gibt dem Ziel erheblichen Betäubungsschaden und ich vermute, dass diese Ratte da wirklich umfällt und für eine gewisse Zeit lang liegen bleibt. Die Sternenbombe hat man schon oft gesehen, verfügt über eine hohe Angriffskraft und eine große Angriffsreichweite. Es dauert ein bisschen, bis sie von selbst explodiert, tickt eben runter. Wenn sie aber von einem Kemono direkt berührt wird, dann explodiert sie sofort. Man sollte aber aufpassen, denn Teammitglieder können in die Luft geworfen werden, wenn sie zu dicht an der Bombe dran stehen. Die Repetieranbrust ist auch ein richtig geiles Ding, schießt in regelmäßigen Intervallen auf das Kemono, um eben unseren Schaden zu erhöhen, aber es kann eben auch das Kemono ablenken und so haben wir es leichter anzugreifen. Die Kettenfalle erinnert mich stark wieder an Monster Hunter und setzt eben das Kemono fest und wir können für kurze Zeit eben wahrscheinlich sehr guten Schaden daran machen. Je öfter wir die Kettenfalle einsetzen, umso schneller findet eben das Kemono raus, wie es sich befreien kann. Ein richtig krasses Fusionskarakuri ist die himmlische Kanone. Die speichert nämlich Himmelsfäden in der Umgebung und kann sie eben auf ein Ziel abschießen. Es ist zwar nicht einfach, scheinbar diese Himmelskanone zu spielen, aber sie hat eine so gewaltige Schlagkraft, dass die Kemono ins Taumeln kommen. Die Drachenkarakuri sind natürlich ein wichtiger Bestandteil vom Game. Es gibt den Luftwirbel, der erzeugt eben einen starken Aufwind, um uns in die Luft zu schleudern und man kann es natürlich auch super dann kombinieren mit dem Gleiter. Die Flugleine ist ein Karakuri, das normalerweise außerhalb des Kampfes verwendet wird. Beim Abfallen wird ein Seil gespannt, mit dem man große Entfernungen überwinden kann. Andere Jäger, die in eurer Welt zu Besuch sind, können eure Flugleine ebenfalls benutzen, was ich eine geile Sache finde, um euch einzuholen und die Gruppe auf der Jagd nicht zu trennen. Das Walzrad fand ich persönlich ein absolutes Highlight im aktuellen Trailer und das dient natürlich dazu, große Strecken sehr schnell zurückzulegen und ich finde es einfach so eine nette Erfindung, sieht richtig geil aus. Das Coole, man kann sogar das Walzrad auf einem Kemono schleudern am Schluss, davor sollte man aber aussteigen. Ein richtig interessantes Karakuri ist das Mühlenschaufel, hat man nur ganz kurz gesehen. Ist eine super effiziente Methode, um Fische zu fangen, während man selbst auf der Jagd ist und sie werden dann einfach gelagert und man kann sie dann später gebrauchen. Mal schauen, was dann diese Fische machen, vielleicht irgendein Essen, wo man nochmal seine Werte erhöhen kann. Dann gibt es ein Trainingskarakuri, das ist ein Bär und dort können wir eben super unsere Angriffe testen und unsere Fähigkeiten verbessern. Finde ich mega, dass sowas im Spiel mit drinnen ist. Das Jagdturm Karakuri ist auch super interessant, denn es spürt große Kemono auf, die sich in der Nähe befinden. Desto mehr wir über dieses Karakuri eben wissen, desto mehr Artefakte, besondere Kreaturen wird dieser Jagdturm aufspüren. An der Stelle seid jetzt hier dran. Schreibt mal in die Kommentare rein, was sagt ihr bis jetzt zum Game, was sagt ihr zu dieser Technologie. Ich finde, die Monster Hunter Nähe ist auf jeden Fall schon da. Ich finde, man spürt das Ganze bei gewissen Sachen. Ich freue mich mega drauf, wenn die Entwickler nochmal ein bisschen mehr Preis geben. Bis jetzt kann ich es noch nicht so richtig packen, was uns da nächstes Jahr erwarten wird. Sobald mehr Neuigkeiten rauskommen, werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Schaut gerne bei Instant Gaming wegen den ganzen Gewinnspielen vorbei. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich immer viel Spaß beim Zocken. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wer ansonsten nichts verpassen möchte, kann auch gerne mit dem Abo dabei bleiben. Das war es soweit vom Video. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.